Artan Ibrahimovic ist für mich die Definition von einem Goat. Deswegen stylen wir das neue AC Mailand Trikot in grün mit der L von Ibrahimovic hin. Ich finde allgemein die Serie A und die ganzen italienischen Vereine und sogar das Nationalteam haben einfach crazy Trikots. Welche Liga hat eure Meinung nach die besten Trikots? Es ist 30 Grad draußen, deswegen nehmen wir meine 99 Base Jots. Dann nehmen wir diesen schwarzen Gürtel von Art Academy. Als Sneaker haben wir heute zur Auswahl die grünen Cortez mit der schwarzen Sohle. Oder die Nike Supreme Shocks auch in grün mit den Neon Akzenten. Viele von euch kamen auf die gleiche Idee, als ich das Trikot ausgepackt habe. Welche Sneaker dazu passen? Hier einmal die Shocks. Aber ich glaube, dass die Cortez ein bisschen besser passen durch die schwarze Sohle. Da das ein Zlatan Trikot ist, mache ich direkt natürlich auch seine Frisur, einen Zopf. Und dann nehme ich noch als Parfüm meinen Tom Ford Empré Leather. Dazu nehme ich diese transparente Brille mit den grünen Gläsern. Mein Bracelet und meine Ringe. Dann noch diese Puffertasche von Lowlight. Das ist das gesamte Outfit, Leute. Ich habe noch das Trikot kurz in die Hose gesteckt. Schreibt mal in den Kommentaren, wie findet ihr den fit? Schreibt auch, welches Trikot ich als nächstes machen soll. Und macht das Herz und das Plus weg. Peace!